Hey Leute und herzlich Willkommen zu Let's Play Hydro mit mir dem Trifer und dem Marcel von Dassel und dem Starfish LP der jetzt komplett neu dabei stell dich doch mal vor. Ja einen schönen guten Tag meinerseits mal mein Name ist der Thomas Starfish LP auf YouTube und ja ich bin jetzt im Hydro Projekt neu dabei und dann würde ich mal sagen lassen wir uns mal loslegen. Also meine Kiste ist jetzt die da und die neben den Ofen. Ja wir hatten gerade schon so eine Desasteraufnahme weil da irgendwie alles verschandelt worden ist und alles ist irgendwie in die Hose gegangen also schlimmer hätte es gar nicht kommen können. Das stimmt. Das war wirklich so eine richtig blöde Aufnahme. Hör auf den Scheiß nicht töte dich. Ja okay. Verdammt hat jemand einen Eisen für mich wäre ich sehr dankbar. Wir müssen wieder schnell hinzuwerfen. Ein Eisen. Ein Eisen, genau. Ja da hätte ich eins. Thomas du weißt dass du dir die beiden Kaktus Rüstung Dinger da anziehen kannst. Ja ich weiß das. Ich ziehe auch noch mehr an wenn noch mehr drin ist. Was kann ich noch gebrauchen? Also was ich jetzt mal rein tun kann. Hat jemand noch einen Stick? Na ja essen habe ich gar nichts. Essen habe ich gar nichts. Ein Steak? Achso. Einen Stick. Ich bräuchte einen Stick. Hier kommt meine Kiste da links rein. Ich habe schon einen geworfen. Ich habe mich nicht bewegt eh danke. Okay. Okay. Also ich crafte mir. Okay. Kann ich mir ein extra Häuschen bauen? Anzumachen. Okay. Dann mache ich mir ein extra Häuschen. Ich glaube ich mache mir auch ein anderes. Also. Bauhaus. Ciao. Äh. Scheiße. Wo ist mein Mann? Es ist ja noch Nacht Leute. Edgar mein Backpack ist weg. Kann man ja bitte killen? Danke. Dankeschön. Mach ich jetzt. Habe ich jetzt verkackt? War da was Gutes drin? Glaub nicht. Hat jemand auf die Uhr geguckt? Oh alter. Wer war das jetzt? Kannst du mal aufhören mich bitte wenn dann von meinem Haus runter zu werfen? Weil ich möchte ein Haus bauen. Das ist wirklich interessant. Bei mir leckt. Was soll das? Leckt wieder. Heute leckt wohl. Bei euch auch? Weil das Welt leckt. Bei mir auch ein bisschen. Bei mir nicht. Lieber es wäre, es leckt irgendwo reinzufallen. Kann jemand den Zombie hinter mir töten, dann wäre ich sehr dankbar, wenn mich jemand beschützen könnte, damit ich bisher was umstellen könnte. Äh. Ich leckst. Ich bin gerade am Hausbau leider. Eben. Es ist mir klar, dass ich lecke. Sag ich ja. Bei mir leckt es gerade. Oh mein Gott, ich baue ein Haus. Habt ihr noch pinkes Holz zufällig? Holz? Ja, pinkes Holz. Ja, meine Natur kannst du nehmen. Aber nur das Winkelholz. Ja, ich will auch nur das Pinkelholz haben. Ja, so pinkfetisch. Ja, ich bin pink. Oh, pink. Atkw, sie bewegst du dich nicht? Ja, weil ich gerade was einstelle. Ich baue die beste Messie-Bude ever. Hm, warum leckt es denn jetzt bei mir? Die Priorität habe ich doch hochgescheitert. Ich auch. Oder auch? Irgendwie bin ich jetzt mit meiner Mausempfindlichkeit auch. Ich muss mal weiter runterstellen. Habt alle so Probleme? Ich nicht. Vielleicht eine Idee, eine rechtständige. Ja, jetzt geht es mit der Maus in der Stadt wieder. Das heißt, ich kurz mal übertakten. Also irgendwie hat es jetzt bei mir vorhin auch richtig geleckt. Was hast du gar gesagt, Edgar? Das mal kurz übertakten. Was, die Grafikkarte? Edgar? Ja, 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 die Grafikkarte. Pinkes Holz. Das liegt doch nicht daran, oder? Ja, doch, das kannst du damit ändern. Aber ich habe durchgehend gerade 60 FPS. Pinke Sachen, pinke Sachen. Also wenn einer dann später in mein pinkes Haus kommen will, da darf er nur mit Erlaubnis rein, weil es pink ist. Oh. Ich habe sogar eine pinke Werkbank. Oh. Gern, Schnuppe. Ach, das auch offenbar. Ach ja, immer die Seine. Hab's aufgesammelt. Cool. Leute, ein Sorry, bei mir ist Lex zu sehr. Ich, äh, verpiss mich aus der Herausforderung. Okay. Alter, kann man jemand aufhören, bitte auf mich mit dem Bogen zu schießen? Ich weiß nicht. Das ist ein Skelett. Heute bei mir ist es abgeschnitten. War der Creeper bei mir? Ist der Creeper bei mir explodiert? Nein. Kann mir mal bitte jemandem gefallen, dann kann man jemand von euch das Skelett bitte besiegen. Da ist nicht mehr drauf und ich habe ihn, ich habe das Wett gekillt. Oh, danke. Ich wollte gerade mein Haus so bauen. Ich möchte ja nicht sagen, aber... Mein Haus, ich möchte nur eins sagen, mein Haus ist pink. Macht ihn, nehmt ihr nur weiter. Oh, ich hab so ein Rare. Rare. Familie ist gerade alles abgeschmiert. Ich bin dann mal... Okay. Gestorben. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf ihn vorbei. Schaut auf ihn vorbei. Schaut auf ihn vorbei. User left your channel. Also... Ich hab ein Hexical Diamond. Nice. Das ist gut. Hast du noch pinkes Holz? Ja. Mit der Truhe. Das habe ich mir schon genommen. Scheiße, lautes Gelette. In den anderen Truhen. Alter, ich... Wir müssen ausleuchten unten. Hast du denn jetzt... Guck, wie lange wir jetzt schon aufnehmen? Oh, danke noch mehr Holz. Also haben wir Fackeln? Also wie lange nehmen wir jetzt auf? Wir nehmen jetzt sieben mehr auf. Das hab ich gerade gefragt. Sieben? Ja, sieben. Fackeln. Also ich hab jetzt acht Fackeln, dann nehm ich mir noch mein Bett und meinen Ofen mit. Äh, wie viel Rucksäcke haben wir eigentlich? Ich hatte einen. Ach ja, du bist ja vorher mal verreckt. Also... Kannst du mal kurz von den Server verlassen oder hast du auch schon ein Bett? Nö, ich hab kein Bett. Dann mach dir mal schnell eins. Weil ich würde nämlich mal langsam sagen, dann schlafen wir, weil in der Nacht ist immer echt blöd. Also wie man es ja bei mir jetzt sieht, alles ist bei mir pink. Vielleicht kann ich sogar noch eine pinke Schaufel machen, wenn's geht. Nee, das wird ein normales Holzschwert. Ich hab keine Wolle. Soll ich kurz rausgehen, dann legst du dich schnell? Ja. Warte, ich geh bei dir rein. Joder, hast du zugebaut? Oh ja, aber ich kann nicht schlafen wegen den Monstern. Da. Oh Gott. Ja. Warte, ich geh jetzt. Ja, okay. Wow. Ich hab's gehört. Ja, dann mach mal. Okay, ich leg mich ins Bett. Okay, ich lieg drin. Gut. Kannst wieder reinkommen. Gut. Ähm, wieso höre ich dich jetzt nicht ins Teamspeak mehr? Ich sag fast gar nichts. Ach so. Also. Oh, ein Enderman ist draußen, wie ich's ich höre. Ja. Und wie gefällt dir mein Haus? Ich hab Angst. Ja. Wie gefällt dir mein Haus so? Ja. Oh, sorry. Also, wenn du sagst, du sagst, das Haus ist pink. Dann bin ich beleidigt. Das ist ein Enderman. Ich geh hoch und hol mir meine Kisten ab. Ja, mach ich auch gleich. Ich mach's. Nee. Okay, wo hab ich ein Holz noch drin? Da. Also, allgemein nur Sticks machen. Zehn Sticks. Aus den Sticks kann man sich so... Geht's nicht mit denen? Okay. Ich brauche normales Holz. Hast du normales Holz? Kann ich mir da ein bisschen was nehmen? Ich glaub' ich hab... Ja, ein bisschen. Egal, ist nicht so mätrig, ist egal. So 16 Stück nur. Mehr brauche ich nämlich nicht. Ich muss nämlich meine Kisten nach unten transportieren. Ja, ich jetzt auch. Du bist ja dann gleich nebenan. Oh, cool. Ich hab' ich hab' Ding. Ich hab' Oh, ich bin so... Wieso ist das bei mir alles so groß? Okay. Weg. 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 Ja. Kann ich den denn aufmachen? Ja. Hallo? Wie kann ich den öffnen? Wie denn? Achso, du musst den einfach vom Rücken runter tun. So. Yeah. Ja, genau. Alter, das kotzt mich jetzt schon wieder an. Ich hab nämlich so einen Verlangsamungseffekt oben. Ich hab noch so einen Teil. Hoch. Hoch. Und am besten ist, wenn du ganz hoch fliegen würdest. So, ich muss nämlich ganz hoch fliegen. Verlangsamung ist weg. Okay, ich kann meine Kisten wieder reinstellen in mein Haus. Ich bin im Haus drin gleich in drei, zwei... Alter. Ist der angeschossen? Nee, aber wieso ist man Minecraft jetzt so gesumt? Ist das jetzt im Zoom oder was? Nee, du wirst nicht. Alter, mein Minecraft, alles ist so voll gestumt. Weißt du, wie man das zurück machen kann? Ah-ah. Rückmachsteuerung? Ja. Und jetzt? Also bei Steuerung geht es nicht. Nee. Nee, vielleicht. Das muss ich dann... Das muss ich dann mal wegbekommen. Aber auf jeden Fall habe ich ein Haus. Wie lange sind wir jetzt schon am aufnimmt? Äh, wie lang? Ähm... Jetzt sind es zwölf Minuten. Okay. Pinke Tür. Pinker Knopf. Einzige, was man braucht. Alles ist pink. Gehen auch pinke Druckplatten. Ich hätte mir auch pinke Druckplatten machen können. Aber auf jeden Fall... Trun... Trun... Tralala... Also... Ich mache mir jetzt erstmal ein paar schöne... Ich mache mir erstmal ein paar schöne Sachen. Darf ich dir jetzt leider nicht sagen, was ist. So. Na, 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 na. Okay, also... Okay, hoch. Ich brauche das hier. Äh, hast du Zombie-Fleisch? Zufällig. Geil. Oh, ich mache mir... Oh, mir fehlt... Scheiße. Mir fehlt ein Leder, Leute. Ein Leder fehlt mir. Naja, jetzt gehe ich nochmal hoch. Hat jemand von uns Zombie-Fleisch, zum Beispiel? Ja. Meins kann ich mir nehmen. Guck mal. Ich habe aber noch was hier in meinem Tun. In welchen? Ja, komm mal zu mir. Hast du die auch runtergetan mit diesen Truenträgern? Ja. Okay, ich auch. Also kann ich mir Zombie-Fleisch nehmen? Ja. Wie denn? Äh... Naja, wie viel brauche ich? Ging alles? Alles? 20 Stück. Oder die Hälfte. So 19 Stück. Also mir ist egal, ich brauche einfach ein bisschen Zombie-Fleisch. Es ruckelt irgendwie, aber ich habe 60 FPS voll komisch. Oh, also kann ich mir so circa so 19 Zombie-Fleisch nehmen? Ja. Okay. Wie geht's jetzt nochmal? Das möchte ich nicht machen. Nö. Ah. Okay. So. Da und dann R. Ah, der ist ganz leicht zu craften. Kannst du mal aufhören, über mir alles abzubauen? Ja, schön. Ach ja, ich habe doch ein schönes Haus, nicht wahr? Ich habe ein pinkes Haus, echt jetzt. So, einmal wird jemand ankommen und sagt, mein Haus wäre nicht pink. Also ich mache mir gleich mal einen Keller. Steinschaufel. Ne, ich nehme die Holzschaufel, die ist eh. Also irgendwie ist mein Haus sehr klein, aber... Naja. Klein, aber fein, würde ich mal sagen. Ach ja, ich darf ja noch keinen Block entfernen. Jetzt muss... Jetzt möchte ich noch die Spitzhacke mitnehmen. Was wollte ich jetzt noch craften nochmal? Habe ich das vorhin gesagt? Ah, Treppen wollte ich machen. Treppen. Aus meinem pinken Holz. So, acht Treppen. Acht Treppen würden eigentlich reichen. Okay. Ein pinker Keller ist entstanden. Ja, aber... Also wie viele Minuten nehmen wir jetzt auf? Wollen wir stoppen? Bei... Bei 20, wenn dann, also in drei Minuten. Damit... Damit... Aber auf jeden Fall habe ich heute richtig schön Fortschritt schon mal gemacht. Hast du auch Fortschritt? Ja. Okay, dann ist ja gut. Hören wir dann, haben wir dann gleichzeitig auf. Ja, haben wir dann gleichzeitig auf. Ich mache mir jetzt da noch ein bisschen in den Keller hin. In der Folge möchte ich den Keller noch ausbauen. Machst du auch so einen Panic Room? Panic Room? Ja. Wofür soll der gut sein? Falls dich ein anderer Spieler von uns angreifen möchte. Achso. Ja, mal gucken. Also ich baue mir nämlich jetzt in der Folge schon noch einen. Weil der ist relativ schön und relativ schnell sogar zu bauen. Ja, und bitte, falls jetzt jemand es bei den anderen in die Kommentare schreibt, wo der Raum ist, bitte nicht das machen. Denn sonst wäre es ja ein bisschen blöd. Ich sehe schon. Es gibt da voll viele Kommentare. Okay. Also ich habe einen Panic Room jetzt gebaut. Kannst ja mal kommen, um versuchen ihn zu finden. Habe ich noch eine Kohle? Ja. Warte mal, ich möchte dir... Ich möchte dir zwei Blöcke schenken. Du hast nämlich wirklich, weil du mir ja das Zeugs auch gegeben hast, das Zombiefleisch. Hast du einen Block verdient? Zwei Blöcke davon. Und was? Du wirst schon sehen, du kannst dann damit versuchen, was... Vielleicht kannst du damit was anfangen. Komm her, guck mal her. Stell dich mal schnell dahin, dahin, wo ich bin. Warte kurz. Stell dich mal in die Werkbank. Dann geh nicht wahr, kurz. Warte kurz. Stell dich da mal zwischen. Warte kurz. Stell dich zwischen die Werkbank und den Ofen. Viel Spaß nach den Blöcken. Super. Dankeschön. Bitte. Hast du dir denn gemacht? Ah, da habe ich eine geile Idee. Äh, brauchst du noch mehr? Ich kann noch mehr machen. Ja, noch zwei Stück. Noch zwei Stück, okay. Ach, hier, nimm gleich mal die. Mach mal an deiner Werkbank noch mal mehr. Sehr zu machen? Weil die gehen relativ leicht zu machen. Ich habe noch zehn Stück. Das sieht richtig geil aus. Das ist sehr geil. Ich habe auch einen Panic Room gemacht. Vielleicht zeige ich ihn dir mal. Ah, okay. Warte. Ah, okay. Der ist richtig nice. Wenn jetzt wer kommt, gehst du da rein. Fertig. Finde dich keiner so schnell. Ja, ich mache mir jetzt noch in der Folge, mache ich mir noch, äh, hast du vielleicht zwei Diamanten für mich? Zwei? Ne, ich habe gar keine mehr. Ah, schade. Hast du Essen? Ja. Äh, kannst du mir mal bitte was geben? Ja, kann ich machen. Ich gehe mal durch deine coole Tür. Oh, danke. Das reicht, glaube ich, oder? Ja. Weiß ich nicht. Äh, möchtest du auch eine, möchtest du eine versteckte, also du hast dir jetzt vorhin die Tür gemacht, da. Also hier, das als Tür. Ja. Äh, kann ich mir von dir mal schnell ein bisschen Holz nehmen? Ja. So acht Stück. Nein, 16 brauche ich, 16. Weil dann kannst du ja das, die wir benutzen. Erstmal, weil es dann eher der Türstyle ist. Zweitens. Wo bist du? Hier, komm her. Hier hast du, hier hast zwei Holztüren. Dahinten. Sind auch mit diesen, Dings, sieht jetzt aus wie Holz. Kannst du als Eingang benutzen. Das heißt, wenn man dagegen rennt, dass man nicht gleich durchrennt. Das heißt, die Mobs können dann auch nicht durch. Äh, willst du wissen, wie man die Camouflage-Paste herstellt? Boah, ich hab ne Idee. Ne, ne, warte kurz, warte kurz. Ich hab ne Idee. Guck mal, wie ich das jetzt mache. Ja. Guck dir das mal an. Das ist ja richtig geil gemacht. Oh ja. Nein, warte, warte, warte. Kommst du mal? Ja, ich bin bei dir da. Guck jetzt. Ja, und darf man auch noch die Tür tun? Oh, das ist nice. Das heißt, da geht einer rein durch die Tür. Scheiße. So. Ah, nein, scheiße. Das ist die falsche. Ja. Hör mal. Also wenn du ein bisschen Camouflage... Ja, ich kann's abbauen. Ich hab ne Axt. Ja, super. Jetzt, du brauchst unten als Bodenerde. Hier, du kriegst eine Tür zurück. Wo ist das eingeschlagen? Ich will das haben. Hast du gesehen, wo die eingeschlagen ist? Wo wäre was? Die Sternschnuppe. Hab ich gar nicht gehört? Ich schon. Also geh mal in dein Haus rein. Okay. Ich nutze mal schnell deine Werkbank noch, weil ich möchte noch was machen. Ja. Machen. So. Ich hab noch genügend Camouflagepaste. So richtig viel. Aber auf jeden Fall, was wollte ich jetzt noch machen? Wie heißt das nochmal? Kann ich mir mal bei dir schnell ein paar Holz nehmen nochmal? So 16 Stück. Ja, aber ich glaub, wir sind zu Ende, oder? Ja. Ja, gut, dann würde ich mal sagen... Ja, ich mach doch schnell das eine Item, weil das möchte ich schon noch machen. Vielleicht kennst du es ja schon, vielleicht auch nicht. Aber ich arbeite sehr viel mit diesen Ghostblöcken, werde ich dir sagen. Wie geht das? Also in der nächsten Folge werde ich dann das Haus zu Ende bauen. Okay, warte mal. Ja, ich mach mal vielleicht noch ein paar Sachen machen. Mach ich auch hier Räume rein. Ach so, geht das. Das ist relativ schön zu machen. Ja, okay, bei mir wird das jetzt so lang. Okay. Ich sag's mal, tschüss Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ja, ciao. So, ich beende auch gleich. Ich baue nämlich noch schnell... Ich habe nämlich jetzt noch schnell einen Block gebaut, den ich in der nächsten Folge dann zeigen werde. Ah, das sind bei mir 25 Minuten. Echt? Also ich gehe noch schnell in mein Haus rein und dann beende ich auch die Folge. Ich habe ja ein pinkes Haus, hast du ja schon gesehen. Ja. Dann habe ich nämlich noch so einen schönen Block gebaut, der auch pink sein wird. Was für ein Wunder. Ja, als Texture Pack nochmal anzuwenden, benutze ich das Specs. Ja. Also gut, das war's von der Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao.